hallo und herzlich willkommen liebe sportsfreunde auf meinem kanal ich begrüße recht herzlich zur NHL 19 zum franchise mode in der AHL mit den huskies aus österreich am spieltag 39 ja ich hoffe ich geht es allen gut es seid alle gut drauf und es hat bis jetzt eine schöne zeit gehabt und noch einen 4 zu 2 sieg im letzten spiel gegen die texas stars versuchen wir das zeit auch wieder an sieg davon zu tragen gegen das hasford wolfpack und ja ich würde mir sagen wir legen gleich einmal los wir sind zu gast wir spielen auswärts und ich weiß nicht der zoll ist ich bin gerade dabei die repuls die playoffs vor zu produzieren und wechselt zwischen die playoffs und hier hin und her also nur falls dass ich manchmal was falsches sagen würde ich mich gleich schon entschuldigen die versuche ich nicht zu spoilern so hübel komm schon alt dann fahrt das weg unser topstorger macht auch ein Tor macht auch ein Tor nein ah ich habe geschossen aufs Tor das wäre das gleiche gewesen schade aber das fällt mir schon auf das fällt mir schon wieder auf und ich kann uns jetzt ich brauche blablabla ich kann also ist so ein Missedopportunities from this close in Hartford's gliding in the neutral Zone Flies in the big pillows came in handy moving it to horack so this game has hat great pace to it there's not been very many whistle from play like this Hartford store is always loaded with wonderful merchandise and it is in team Ich habe noch einen Puck. Aaaaaah, was sie still? nicht gut, dass man im ersten Rittler hat, du hinkst, oder? ah, das ist wunderschön, wunderschön das erinnert mich an die NWO Wolfpack, O2 sind hier gewesen auf geht's, das zweite Drittel Kimi nicht durch, Kimi einfach nicht durch so alt, vor und vor so, fahrt die 6 Lukas, so, jetzt ich bin ein Gewaltstreffer, ich kann mich vielleicht durch von der Hand ziehen schreit die Bühne schreit die Bühne schreit die Bühne schreit, er schreit die Bühne schreit die Bühne Hartford's goal hat sie einen 2-goal lead und da ist noch viel Zeit in der Bühne wir sind in der 2nd period 23 9 Wenn du an die schreit die Bühne schreit die Bühne schreit die Bühne und dem kopp nach der letzten niederlage aber wir sind erst zwei hinten aber hasford macht halt einfach gutes tor zuhörig macht halt einfach scheiße tschuldigung schreiben kreis damit ist auch nicht jaha solid clean wind hartford's in possession and moving up the wing steps in from the neutral zone lets it go wonderful stop the huskies are driving it from the wing biggest chance those who want to see it was going to come back in front of them so got is rick i was is it a lot with you part it Ich weiß, dass in der AHL nicht so prickend ist, dass wir in der NHL spielen, aber ich nicht in der AHL spielen lassen, das geht einfach nicht. Aber wir können es ja nur eine NHL leisten, glaube ich, dann sehen wir jetzt ein zweiter ist ja wurscht, das hören wir schon wieder auf, wichtig ist, dass wir danach den Pott heimholen, würde ich sagen. Wichtig ist, dass wir den Pott heimholen. Und Opening face-off of the third period. Pass attempt to Butler. Oh, broke it up! The Huskies wheel it up the wing. Und angelt to Ault. Nicely received at the point. Right along the blue line. The Huskies controlling play now in their own end. Sooo. Hübel müsste ich sagen. Hübel. 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 Gilt die Huskies nicht so gut? Horik. Hübel! Ah nicht. Der aussieht. Es ist ein riesige Gelegenheit. Das ist ein Hörig. Das ist ein Hörig. Das ist ein Hörig. Das ist ein Hörig. Ich krieg die Hörig. Das ist ein Hörig. Der hätte jetzt hier sein müssen. Ich bin ja ganz alleine gestanden mit dem Torwart. To the point it comes. Hats hits one. And a save. Oh, an error on that pass. Good chance here. Final minute of the third. One happy locker room and one that will have much souls searching. Nice pass right up the gut. Clock covered, whistle blown. One team has moved on, another team has come in. But the important thing is the home team stays and continues this long home stand. Defensive zone win. Hartford's leaving the defensive zone. He's got that point pass. Right into the slot. He banked it right ahead. Buck picked up here. Has that point pass as well. And he's tripped and there'll be a penalty. Eleven seconds up on the clock. Swung back to the point. Lifts one. The shot blocked. The game is lopsided, but we did need to enter one more thing on the penalty sheet. So this is who, who was in the end of the game. The Huskies suffer a tripping call. Well in desperation mode, all he was trying to do was sweep the puck away, but unfortunately caught the players skates. Huskies, critical face-off win at that point. Great save. Under the penalty. 19 minutes. Two minutes. One shot out of the year. He stood tall all game and he's going home tonight with a smile on. Eine Niederlage. Entschuldige, dass ich so schnell bin. Ich habe momentan ein leichtes Stressproblem. Na gut, meine lieben Sportfreunde, das war das Spieltag 39, ein 3 zu 0 Niederlage, noch ein Sieg. Aber mei. Durch die Tage gibt es auch. Ich hoffe, ich konnte das Spiel trotzdem ein wenig gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch. Wer will gerne mich aktivieren, äh, mich aktivieren, ja, mich abonnieren und die Glocke aktivieren, so dass er nichts mehr Neues versäumt. Und da wünsche ich bis zum nächsten Spiel nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportfreund, liebe Sportfreundin. Je nachdem wann du dir das Video schaust, vergesst mein Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität im Stadion ist gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie er ist da draußen, doch wahre Sportfreunde und Sportfreundinnen. Und man kann doch mit uns normal über jedes Eishockeyspiel reden. In diesem Sinne, meine lieben Sportfreunde und drinnen, bleibt mir gewogen. Und vor allem, was viel, viel wichtiger ist, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus. Servus. Servus.